Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar kommen wir zur zweiten Gruppenspiel des Fuji Demon Team Cups und zwar heute empfangen wir den Gastgeber 4brows1 aka Cedric und ja Leute, wir haben ja jetzt das zweite Gruppenspiel, das heißt das letzte Gruppenspiel, was wir haben danach geht es in die K.O. Phase Nun haben wir letztes Mal, das auch in der Videobeschreibung, wenn ich dir noch nicht gesehen habe das Spiel gegen Fabi Gaming zu Hause 8-1 verloren das war auf jeden Fall nicht sehr schön, das war ziemlich bitter, meiner Meinung nach das bei ihm liefert vieles bei mir halt irgendwie nicht aber sagen wir mal so, er hat es gut gespielt und somit auch verdient 8-1 gewonnen ähm, die Leute, die es auch nicht wundern, das Hinspiel konnte nicht aufgenommen werden weil bei ihnen irgendwie die Aufnahme hier nicht gespeichert hat aber ich könnte nochmal sagen, es waren 4-4 am Ende und das heißt wir sind aus diesen beiden Spielen mit einem Punkt jetzt hier gegen Cedric angekommen der glaube ich in dem Stand noch 0 hat, bin mir auch nicht sicher, aber Glocken hat er 0 ähm, jetzt wird es interessant, können wir gegen Cedric gewinnen heute oder nicht wenn das Video euch gefällt, würde ich mich gerne in eine positive Bewertung freuen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt abonnierst den ersten Kanal, tut die Glocke, da verpasst ihr kein einziges Video mehr denn jetzt geht es langsam Richtung K.O. Phase oder nicht kommen wir weiter oder nicht, das alles erfahrt ihr jetzt viel Spaß in diesem Video bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020